Und weiter geht's, äh, jetzt frage ich mich, achso, ne hier geht's auch nicht weiter, ey, wo kann ich denn, wo kann ich denn weitergehen, huch, achso, hier unten, natürlich, schon ganz übersehen, dann gucken wir mal, wir sind ja immer noch auf der Suche nach Skywalker, Ha, das glaubst du doch nicht selber, so, sehr schöne Kombi, und auch nochmal die hier, und, wow, eins, zwei, naja, schade, komm, eins, das war's, ne, eins, und erledigt, das waren auch die Rebellen hier, tja, und wir sind echt ein guter Sith-Assassine, ich meine, wir sind ja echt mächtig, und mit dem Dress auch echt gut am Start, wir sind natürlich wesentlich wendiger als Vader, äh, da frage ich mich, achso, müssen wir wieder anheben, So, ich weiß nicht, ob das reicht, vielleicht noch ein bisschen, äh, gibt's hier noch irgendwas zum mitnehmen, ne, 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 ich glaub nicht, äh, geht da irgendwie durch, äh, Ah, ja, aber von der anderen Seite kommen wir durch, okay, einmal hier, Ha, Darth Starkiller, tja, Und immer noch wissen wir nicht mal unseren echten Namen, tja, Hä, geht's denn hier weiter, ach da, Ah, ja, AT-ATs, Okay, Okay, sehr informative Sequenz, Sonst noch irgendwas hier, ach du Scheiße, So, Eins, zwei, drei, Er ist eh schon tot, aber ich finde die Kombo einfach so geil, Und, Huch, so, Das war's auch mit ihm, Gibt's hier noch irgendwas zum mitnehmen, Ah ja, Da kann man echt noch rein, Und hier, Aber da geht's ja auch noch irgendwo lang, ne, Dann gehen wir erstmal hier lang, Immer erst den geheimen Weg, Vielleicht gibt's auch einfach zwei Wege hier lang, So, Und ist noch einmal, Ja, der ist noch am Leben, Pam, Sehr cool, Okay, Moment, ich probier's nochmal, Eins, Mann, So, Steh erstmal auf, Junge, Eins, Zwei, Drei, Hoch, Pam, Die Kombo ist sogar ziemlich kompliziert, Da muss man viele Knöpfe hintereinander drücken, Aber ich hab die jetzt, Verinnerlicht, Deswegen hab ich die relativ gut drauf, Oh, Oh, Okay, Da ist man nicht, Rot, Wie mein, Herz, Oder so, Oh, Er weiß es, Also, Ich wusste gar nicht, Dass er weiß, Dass Luke der Sohn von Vader ist, Und Luke ist natürlich stark in der Macht, Er ist, Waders Sohn, Aber, Er ist natürlich, Bei seinem derzeitigen Stand, Nicht ansatzweise stark genug, Um, Sich gegen uns zu beweisen, Ach du Scheiße, Fliegt ja rum, Aber er hat auch gesagt, Er spürt das gut in uns, Also, Ein kleiner Funken ist noch übrig, Natürlich, Ich denke auch wie bei Vader noch, Auch bei Vader war die ganze Zeit ein kleiner Funken, Übrig, Aber er hat nun mal, Keine Chance gegen uns, So, Du hast keine Chance, Luke, Und ja, Es ist echt geil, Dass wir gerade gegen Luke kämpfen, Kann ich kurz anmerken, So, Das war's, Anscheinend noch nicht ganz, Oh Mann, Oh Mann, Die Stimme ist viel zu leise, Verdammig, Gibt's doch gar nicht, Habt ihr so laut eingestellt, Hier, Guckt euch das mal an, Maximale Lautstärke, Ja, Wow, Danke, Durch euer Geschreie, Hab ich den nicht mehr gehört, Deswegen werdet ihr jetzt erstmal sterben, Tja, Und, Luke kann zwar weglaufen, Aber er kann sich nicht verstecken, Ja, Fühlt sich gut an, Mal den Bösen zu spielen, Jetzt sind wir richtig badass, Oh, Machttalente machen die stark, Das ist ja super, Hätte ich nicht gedacht, Äh, Achso, Cool, Äh, Oh, Und das war's auch mit ihm, Apropos, Achso, Moment, Nein, Komm mal her, Junge, So, Können wir mal wieder ein paar, Upgrades, Machen, So, Vier, Ach, Da haben wir jetzt auch schon alles, Okay, Da haben wir auch schon alles, Überall haben wir vier, Äh, Hä? Ach, Wir haben jetzt alle voll, Oder was? Aber im normalen Spielverlauf, Hatte ich noch nicht alle, Oder? Nee, Wurden die für die extra Level, Irgendwie angehoben, Kann das sein? Ja, Nein, Vielleicht, Das ist ja, Strange, Äh, Okay, Aber, Mann ey, So, Äh, Hier geht's nicht weiter, Hier lang, Komm schon, Luke, Stell dich dann im Schicksal, Deinen Vater hab ich auch schon auf dem Gewissen, Ich bin kein Jedi, Wie oft noch, Mann, Würden Jedi hier alle abschlachten? Nee, Okay, Okay, Oh, das ist auch schön, Imperiale Soldaten sind in die Basis eingedroben, Imperiale Soldaten sind in die Basis eingedroben, Ich bin unter Wischung, Jawohl, Und Imperiale kommen, Die mir nicht wirklich was wert sind, Aber mir wenigstens helfen, So, Freunde, Habe ich gar nicht gesehen, Achso, Das ist einer von meinen, Sorry, Scusi, Schau, 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 Meine Güte, Ist auch nicht putzig, Die Hologramme, Ah, Das sind meine, Sorry, Das sind nicht meine, Und, Äh, So, So, Können wir hier noch irgendwas kaputt machen, Ist nochmal so ein Kabel, Habe ich mich selbst geschockt, Okay, Wir gehen mal weiter, Würde ich sagen, Haben wir alle, Jetzt haben wir glaube ich auch alle Imperialen getötet, Na super, Aber nun gut, Achso, Hier geht es gar nicht weiter, Hups, Naja, Ein Holocon haben wir gefunden, Wo geht es denn weiter, Ist ja alles schön und gut hier, Muss ich noch irgendwas kaputt machen, Äh, Ja, Muss ich denn weiter, Ich weiß das gerade gar nicht, Ah, Hier ist noch einer, Ja und, Was macht der hier, Ach da, Das habe ich eben gar nicht gesehen, Ja, Was für ein Tunnel, Ich weiß es nicht, Wir suchen Luke, Und wir werden, Skywalker finden, Äh, So, Moment, Das ziehen wir mal raus, Ganz professionell, Sonst noch irgendwas hier, Ne, Boah, Ich mag das Outfit von dem voll, Es tut mir leid, Aber ich finde das einfach mega geil, Ich weiß nicht mal wieso, Ich finde es einfach cool, Äh, Das war ja super, Finden sie den Haupthangar, So, So, Ah, Der 501. Legion, Die sind, Glaube ich, Ziemlich gut ausgebildet, Soweit ich weiß, Die, 501. der, Sturmkuppler, Die sind unsere, Jaja, Hab dich, Du mich auch, Äh, Jetzt frage ich mich, Ist da hinten noch irgendwas, Sorry, Ach, Da geht es sogar weiter, Sorry, Ist da hinten noch irgendwas, Ah, Okay, Gut, Dann wissen wir ja, Wolang es geht, Weiter, Weiter, Wups, Geh weg, Okay, Wann jetzt, Okay, Jetzt auch nochmal weiter, Ja, Und hier, Seht ihr den Haupthangar, Was soll ich denn jetzt, Weiter gehen, Hier geht es immer so viele Wege, Das irritiert mich, Ah, Ja, Sehr schön, Wieder ein kleines Sammelobjekt, Da freue ich mich, Wow, Alter, Okay, Die sind anscheinend, Ein bisschen aggressiv drauf, Aber die machen auch, Die rübbeln, So, Na, Komm schon, So, Das war es auch mit dir, Ja, Da, Gibt es auch noch was, Moment, Ich gehe da mal kurz rein, Gesundheitsentzugs-Aura, Hallo, Gut, Weiter geht's, Wir sind gut am Start, Ups, So, Und noch mehr Rebellen, Wusste gar nicht mehr, Dass das so lange weiter geht, Also, Hab mich schon vorhin gewundert, Dass wir schon so früh gegen Luke kämpfen, Oh, Äh, Ja, Was mache ich jetzt, Dann halt nicht, Was ist hier wieder zurück, Da gibt es ja nichts mehr, Nee, Dann gehen wir nochmal hier lang, Ah, Nee, Okay, Ich bin verwirrt, Geh nochmal hier lang, Gibt es irgendwo noch einen anderen Weg, Der ist verschüttet, Hier geht es auch nicht weiter, Nee, Ah, Hier, Ach, Mann, Immer so versteckt hier alles, Wow, Okay, Da geht es auch nochmal weiter, Ich gehe nochmal den anderen Weg entlang, Ach, Hier ist nichts, Das ist ja super, Da haben wir ja viel verpasst, Klick, Klick, Na, Komm schon, Aha, Hier schon mal ein X-Wing, Da werden wir wohl, Luke treffen, Ja, Da drüben,